In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und schnell Christbaumkugelohrringe basteln könnt. Material braucht ihr eigentlich nur eine winzige Christbaumkugel und einen Ohrhängerrohling. Zuerst entferne ich das Krönchen mit dem Aufhänger aus der Kugel. Dann nehme ich den Aufhänger aus dem Krönchen und fädel den Aufhänger durch den Ohrhängerrohling. Dann kommt der Christbaumkugelaufhänger zurück ins Krönchen und zurück in die Christbaumkugel. Da springt er normalerweise dann auch von selber zurück. Ja, und dann sind sie eigentlich auch schon fertig, so schnell geht's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war eine Anregung für euch. Ich selbst trage die Ohrringe immer zu Weihnachten und vielleicht wollt ihr es ja auch mal ausprobieren.